Ach, da fehlt ein Stein da unten. Und das muss man, glaube ich, nachmachen, die beiden Sachen. Da haben wir noch was. Oh, das ist so eine... Wie heißt das? Eine Klappe. Ich weiß nicht, wie ich sie öffnen kann. Musikbox. Was ist das? Wie sieht das aus? Was ist das? Was ist das? Na 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 Äh, ach genau, die muss man jetzt, glaube ich, irgendwie in die Mitte führen. Ähm. Ja. Ah, okay. Jetzt kommt die da rein. Und die müssen jetzt auch irgendwie da in die Mitte kriegen. Ich steck mal hier lang, weil... Warum auch nicht. So. Und dann... Jetzt nochmal. Das ging doch einfach. Ein Edelstein. Noch irgendwas? Ne. So. Edelstein. Jetzt kommt die Edelstein-Action. Das geht so nach außen. Ach, Quatsch. Und dann ist das hier... Und dann ist das hier... Immer abwechselnd und unten fängt mit Blau an. So? Ja. Jetzt muss man das irgendwie drehen, dass da irgendwas... Ein Vogel... Rauskommt. Glaube ich. Da fehlt irgendwas. Vielleicht ist der auch nicht... Ja, der ist nicht richtig. So. Und wir haben einen Schlüssel. Ein Schlüssel mit Vogelsymbol. So. Wir haben noch einen Schlüssel, mit dem wir was aufziehen können. Kreuz. War das nicht in der goldenen Kiste oben? War da nicht noch so ein Kreuzding? Ich weiß das nicht. Aber wir befreien erstmal den Vogel. Fochel. Ratsch. Oder auch nicht. Ja. Tschüss. Nee, nicht da. Da ist doch bestimmt irgendwas drin. Nee! Ich kann da nicht hin. Das ist ja... Unfassbar. So, kann man hier irgendwas... Okay. Okay. Oben vielleicht? Ja gut, der olle Rabe ist ja nach oben geflogen. Hallo! Hallo! Okay, da können wir jetzt wieder in den Keller gehen. Und da das Bildrätsel machen. Ja. Hallo? Hallo! 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 Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier so... Doch, ist richtig. So, was ist das? Ist das das, was... Fehlt da noch was? Hat da noch was gefehlt bei dem goldenen Ding? Ich dachte, das würde so aussehen, wie es aussieht. Bei der Kiste. Hallo, ich will zurück. Tatsächlich. Ich dachte, das hätte so... das sollte so. Ah, die Schlüssel zum Aufziehen. Hm? Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ging schnell. Das ging schnell. Das ging doch schneller als erwartet. Eieieieieiei. So. Oh. Leggy, Leggy, Leggy. Doch, das war schon Ende des Chapters. Ähm. Achso, wir müssen... ...weiter. Ja. Rinder. Also an manche Sachen tut man sich halt total erinnern, wenn man es sieht. Und manche halt so gar nicht. War das schon der... oder... ...war das der Schmiedeofen? Ich weiß noch, ich hatte mir irgendwann mal Zeichen aufgemalt. Ähm. Oder war das im zweiten Teil? Der Schmiedeofen? Was ist das überhaupt? Kann ich damit rumfummeln? Okay, da kann ich nie mehr mit rumspielen. Kleiner Mechanismus. Ich glaube, das... Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gefunden. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Aufnahmegerät ist oder ob das ein... ...Äh, Abspielgerät ist. Von der... Von der Wachs... Von dem Wachszylinder. Ja, ja. Ich weiß, aber... Das passt... Also, so ne... Dieses Schmiede-Szenario passt hier halt... ...voll nicht in diesen Raum rein. Weißt du? Also, die Umgebung stimmt dafür einfach irgendwie nicht. Ich lege das nochmal hier rein. Ich muss das ja... Für irgendwas brauche ich das ja. Anscheinend. Futter ist da. Das ging aber fix. Ach, Moment. Den kann man doch hier draufstellen. Oder nicht? Das ist doch... Hier ist doch so ein... Das haben wir doch auch hier. Da. Kann man das nicht da draufstellen? Hm. Ich meine, beim letzten Mal hätte ich auch... Ah, Moment. Moment, was ist das für eine Tür? Ah, okay. Aber wo muss denn der Laser hin? In die Mitte einfach, oder was? Okay, der äußere Ring steht fest. Ja, gut. Das ging schnell. Guten Hunger übrigens. So fetch sind's. So könnt das nicht in der Mitte, wo wir excitieren.